Ja, hallo Judith. Servus Peter. Na, wir haben uns aber jetzt schon lange nicht gesehen. Ja, wirklich. Du, das ist jetzt ein Zufall. Ich mache heute ein Grillfest. Hast du Lust mitzutun? Ja, warum nicht? Wann ist es denn? Um 20 Uhr beginnt's. Okay, dann bitte lass mich das einmal checken und wenn ich einen Babysitter finde, dann kommen wir gerne. Ich gebe dir Bescheid. Du musst mir nur deine Nummer aufschreiben. Ich schreibe sie dir auf. Fein. Und was können wir mitnehmen? Ich würde sagen, nehmt ein paar Würstchen mit. Lammfleisch haben wir schon. Schweinefleisch haben wir auch. Wir haben verschiedene Fleischsorten. Aha, super. Einen Salat vielleicht? Salat wäre auch gut, ja. Wir grillen bei uns auf der Dachterrasse und das wird ein recht ein lustiges Fest. Es kommen ungefähr 20 Leute. Na, das wäre fein. Hoffentlich können wir, ja. Ich wäre... Und nicht vergessen, was zu trinken mitzunehmen. Okay. Na, ich werde schauen, was sich machen lässt und ich gebe dir auf alle Fälle Bescheid. Freue mich schon. Danke. Bye, bye. Bis heute. Baba.